Zwölf Bilder für ein Jahr voller Freude. Wir zeigen euch heute die Vielfalt unserer Kalender. Unsere Klassiker für die Wand, unsere Tischkalender und unsere grossen Kalender für mehr Planungsmöglichkeiten. Unter den Klassiken präsentieren wir euch den Monatsplaner und den Wandkalender. Der Monatsplaner ist quasi eine Agenda für die Wand mit Feldern für persönliche Anlässe und Termine. Der Wandkalender stellt die Fotos in den Vordergrund. Richtig gut kommen diese in quadratischen 21x21 cm oder ganz gross in der Panorama-Version zur Geltung. Wer seinen Kalender lieber auf eine Ablage stellt, wählt den Tischkalender mit Holzaufsteller. Dieser kommt mit frischen Designs daher und eignet sich auch perfekt für Zitate oder Motivationssprüche. Super praktisch, ein Jahr später könnt ihr die Monatskarten neu bestellen und ersetzen. Der normale Tischkalender eignet sich für ins Büro oder als kleines Geschenk für die ganze Familie. Braucht ihr einen Kalender vor allem für die Planung? Dann ist der Familien-, Küchenkalender oder Jahresplaner das Richtige für euch. Der Familienkalender ist perfekt für die übersichtliche Monatsplanung der Familie oder WG. Bis zu fünf Mitglieder haben ihre eigene Reihe. Der Küchenkalender bietet viel Platz für allerhand Termine und der Jahresplaner den optimalen Jahresüberblick. Der Startmonat ist bei allen frei wählbar und je nach Kalender könnt ihr zwischen mattem oder glänzendem Papier auswählen. Jetzt unsere Kalender entdecken und zum Organisationstalent werden. Bis zum nächsten Mal!